Modul 5. Krank, gesund, ungesund. Kapitel 3. Tina hat sich wehgetan. Mensch, Tina, was hast du gemacht? Tja, ich bin vom Fahrrad gestürzt. Ich bin gestern von der Schule zurückgekommen. Das Wetter war so schön und ich wollte eine Radtour machen. Ich habe mein Fahrrad aus dem Keller geholt. Ich bin aufgestiegen und losgefahren. Plötzlich ist ein Fußgänger mitten auf dem Radweg stehen geblieben. Ich habe ihn zu spät gesehen und konnte nicht mehr bremsen. Tja, wir sind also zusammengestoßen. Ich bin gestürzt und habe mir so am rechten Armweg getan. So ein Pech. Und im anderen ist nichts passiert. Mensch, Tina, was hast du gemacht? Tja, ich bin vom Fahrrad gestürzt. Ich bin gestern von der Schule zurückgekommen. Das Wetter war so schön und ich wollte eine Radtour machen. Ich habe mein Fahrrad aus dem Keller geholt. Ich bin aufgestiegen und losgefahren. Ich bin aufgestiegen und losgefahren. Plötzlich ist ein Fußgänger mitten auf dem Radweg stehen geblieben. Ich habe ihn zu spät gesehen und konnte nicht mehr bremsen. Tja, wir sind also zusammengestoßen. Ich bin gestürzt und habe mir so am rechten Armweg getan. So ein Pech. Und im anderen ist nichts passiert. Ich bin aufgestiegen und losgefahren. Ich bin aufgestiegen und losgefahren. Ich bin gestern von der Schule zurückgekommen. Das Wetter war so schön und ich wollte eine Radtour machen. Ich habe mein Fahrrad aus dem Keller geholt. Ich bin aufgestiegen und losgefahren. Plötzlich ist ein Fußgänger mitten auf dem Radweg stehen geblieben. Ich habe ihn zu spät gesehen und konnte nicht mehr bremsen. Tja, wir sind also zusammengestoßen. Ich bin gestürzt und habe mir so am rechten Armweg getan. So ein Pech. Und im anderen ist nichts passiert. Tina ist von der Schule zurückgekommen. Sie hat das Fahrrad aus dem Keller geholt. Sie ist auf das Fahrrad gestiegen. Dann ist sie mit dem Fahrrad losgefahren. Sie hat einen Fußgänger nicht gesehen. Sie ist mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Sie ist gestürzt. Sie hat sich am rechten Arm weh getan. Dem Fußgänger ist aber nichts passiert. Tina ist von der Schule zurückgekommen. Sie hat das Fahrrad aus dem Keller geholt. Sie ist auf das Fahrrad gestiegen. Dann ist sie mit dem Fahrrad losgefahren. Sie hat einen Fußgänger nicht gesehen. Sie ist mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Sie ist gestürzt. Sie hat sich am rechten Arm weh getan. Dem Fußgänger ist aber nichts passiert. Gestern ist Tina von der Schule zurückgekommen und hat das Fahrrad aus dem Keller geholt. Dann ist sie auf das Fahrrad gestiegen und losgefahren. Plötzlich ist ein Fußgänger mitten auf dem Radweg stehen geblieben. Sie hat den Fußgänger zu spät gesehen und sie sind zusammengestoßen. Dann ist sie vom Fahrrad gestürzt und hat sich am rechten Arm weh getan. Dem Fußgänger ist aber nichts passiert. Gestern ist Tina von der Schule zurückgekommen und hat das Fahrrad aus dem Keller geholt. Dann ist sie auf das Fahrrad gestiegen und losgefahren. Plötzlich ist ein Fußgänger mitten auf dem Radweg stehen geblieben. Sie hat den Fußgänger zu spät gesehen und sie sind zusammengestoßen. Dann ist sie vom Fahrrad gestürzt und hat sich am rechten Arm weh getan. Dem Fußgänger ist aber nichts passiert. Das ist perfekt. Hilfsverb plus Partizip 2 Ich habe Deutsch gelernt. Ich bin schnell geklettert. Partizip 2 Regelmäßige Verben Partizip 2 Unregelmäßige Verben Gesehen Gelesen Gesungen Geschrieben Angerufen Angefangen Vergessen Bekommen Machen Machen Hat Gemacht Sehen Hat Gesehen Wehtun Hat Wehgetan Helfen Hat Geholfen Bleiben Bleiben Ist Geblieben Gehen Gehen Gegangen Fahren Ist Gefahren Stürzen Ist Gestürzt Holen Hat Geholt Passieren Ist passiert Aufsteigen Ist aufgestiegen Zurückkommen Ist zurückgekommen Machen Hat Gemacht Sehen Hat Gesehen Wehtun Hat Wehgetan Helfen Hat Geholfen Bleiben Ist Geblieben Gehen Ist Gegangen Fahren Ist Gefahren Stürzen Stürzen Ist Gestürzt Holen Hat Geholt Passieren Ist Passiert Passiert Aufsteigen Aufsteigen Aufgestiegen Zurückkommen Ist Zurückgekommen Herr Keine Er hat nur ab und zu Kaffee getrunken. In der Bank hat er weniger gearbeitet, das heißt er hat keine Überstunden mehr gemacht. Jetzt fühlt er sich besser. Die Mühe hat sich gelohnt, sagt er zufrieden. Wie viel Kilo hat Herr Maling abgenommen? Er hat 10 Kilo abgenommen. Hat er Sport getrieben? Ja, er hat jeden Tag eine halbe Stunde Gymnastik gemacht und ist oft inline-skated. Was hat er zum Frühstück gegessen und getrunken? Zum Frühstück hat er nur Obst gegessen oder einen Saft getrunken. Was hat er nicht mehr gemacht? Er hat nicht mehr geraucht. Und hat keine Überstunden mehr gemacht. Ist er jetzt zufrieden? Ja, er ist jetzt zufrieden. Heute Gestern Vorgestern Vor einer Woche Vor zehn Tagen Vor einem Monat Vor einem Jahr Vor einer Woche Letzte Woche Vor einem Monat Vor einem Monat Letzten Monat Vor einem Jahr Letztes Jahr Wann hast du dir wehgetan? Ich habe mir gestern wehgetan Wann hast du dir wehgetan? Ich habe mir letzte Woche wehgetan Wann hast du dir wehgetan? Ich habe mir letzten Monat wehgetan Wann hast du dir wehgetan? Ich habe mir letztes Jahr wehgetan Ich habe mir letztes Jahr wehgetan Wann ist Tina vom Fahrrad gestürzt? Vorgestern? Ja, sie ist vorgestern vom Fahrrad gestürzt Ja, sie ist vorgestern vom Fahrrad gestürzt Wann hat Tina eine Radtour gemacht? Vor einem Monat? Ja, sie hat vor einem Monat eine Radtour gemacht Wann ist Tina zum Arzt gegangen? Gestern? Ja, sie ist gestern zum Arzt gegangen Wann hat Tina Tante aus Amerika gesehen? Letztes Jahr? Ja, sie hat letztes Jahr Tante aus Amerika gesehen Wann ist Tina nach Bonn gefahren? Vor drei Tagen? Ja, sie ist vor drei Tagen nach Bonn gefahren Wann ist Tina aus dem Urlaub zurückgekommen? Letzten Monat? Ja, sie ist letzten Monat aus dem Urlaub zurückgekommen Wann ist Tina zu Hause geblieben? Vorgestern? Ja, sie ist vorgestern zu Hause geblieben Wann hat Tina ein Buch gelesen? Letzte Woche? Ja, sie hat letzte Woche ein Buch gelesen Ich war Du warst Er war Sie war Es war Wir waren Ihr wart Sie waren Sie waren Sie waren Wann war Tina beim Arzt? Gestern? Ja, sie war gestern beim Arzt Wann war Tina bei Brigitte? Vorgestern? Ja, sie war vorgestern bei Brigitte Wann war Tina in Vaduz? Letztes Jahr? Ja, sie war letztes Jahr in Vaduz Wann waraide Wann war die